Seit 8,5 Jahren fördern wir nun mittlerweile den Hamburger Fußballverband, den Amateurfußball. Insbesondere geht es uns darum, das Fair Play zu fördern. Mein Herz schlägt natürlich auch für die Kick'n'Girls, dass wir jetzt auch die Mädels unterstützen können. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Projekt und natürlich auch den grünes Preis. Die faireste Mannschaft hat die Möglichkeit, eine sehr stolze Summe von 5.000 Euro zu bekommen. Wir danken der Sparda-Bank sehr, dieses zu unterstützen, denn wir wissen, dass die populäre Massensportart Fußball, der auch gegenüber der Gesellschaft eine große Verantwortung hat, den Gedanken der Fairness zu befördern und gerade bei jungen Menschen in den Köpfen ein positives Element zu gestalten. Das war's für heute. Ich danke dir, dass Sie all nochmal rausz aş变. 장